komm macht noch eine runde hat also hallo leute ich nehme jetzt erst mal hier ein oder zwei runden mit meinen kollegen iw auf und wenn ihr nicht wollt ist auch egal so muss man seine subscriber behandeln so und wenn ihr nicht wollt eine fehler noch zwei schlüsse leute alter schreibt mir mal in die kommentare warum das immer noch neu angezeigt wird ich werde es die ganze zeit aus und es geht nicht schreibt sie in die kommentare schreibt sie in die kommentare ist halt fast so dass er geht niemand schreibt sie kann halt zum maul zu er geht ist halt schreibt sie in die kommentare ne wir sind hier aus lass mich in ruhe bin ich gemobbt alter team der hat meine frisse johannes könnt ihr alle sehender abonnieren hier also eine freundschaftseinfrage vollspam den nl nlp unterstrich 02 alle vollspam und scruffy 03 auch alle vollspam zwei neun abonnenten oder was auch immer du hast vollspam du bist gut ja 10 freundschaftseinfrage sind locker drin ja komm doch mal natürlich kommt er doch nicht tschüss wo war der als ob der mit temal spielt denn gegner spielt so hart mit temal mit ner sniper ne mit normalen nein kack nachladen mann ich hätte ich muss mich über abgewöhnen während äh wenn ich denke ich hab nen kill gemacht direkt nachzuladen wir haben die führung verloren alter sniper ja ich hab ihn ja ich hab ihn ja ich hab ihn ich kann es gar nicht anders nach jedem kippen naja ich lege wieder nice nice alte beste voraussetzung im youtube kanal fuck er macht sich alles klar er campt einfach so hart im eck er denkt so er hat so richtig viele abonnenten bedingt mazda skorpion haja mazda skorpion naja man kann ja auch im youtube kanal sowas fun machen weil ich kann einfach äh nein kann man nicht digger alter 2 gehen auf mich drauf wie assi wie normal ja aber der eine von innen und der andere von vorne alter ne so unverdient der kill ich bin negativ und ich lege beides zusammen ist scheiße leucht kratsch ich würd sagen er ist der beste er ist der beste aber auch der beste nicht der zweitbeste ne der beste jungen die kommen da unten von hinten wenn ich einmal reinrushen will kommt einer von hinten ja ist normal alter das ist kacke das ist kacke das ist normal ja keine ahnung was du unter normal verstehst digger da kommt einer sehr geil alles hab ihn das überschreiten ich juckt grad an der nase also alter wo gibt es hier einen guten camperort der im haushalt wird sich alter alter jungen wo steht der sicht kreiber platz jungen ich kenn ihn als erstes vielleicht seit paar minuten ich hab das spiel das ist heute das erste mal gespielt jungen oh der eine hat mich sogar noch krass getrackt rene 14 jungen die sachen sind sowas von out alter so denkt er wäre der beste warum es nicht die ganze zeit wahrscheinlich springt da hoch ich schwelle nicht holen jetzt den sniper es leeeckt ich hab ihn ja schon wenn er nicht noch mal da ist ne ist er nicht ein geschützt nicht wirklich oder nein dann gehe ich da jetzt nicht und ich habe gerade gesehen dass da auf der karte platziert wurde nein ich habe wieder auto ich mache wieder dieses fach nachladen das muss ich mir so hart abgewöhnen nein da ist ein geschützt das ding habe ich viele geschütze haben die ich mache jetzt fachsinn also geschützt ich will die ganze zeit so ein scheiß wie krank ist er geht hinter dir hab ihn also ich habe gar nicht ohne der hat das alter ich hole das jetzt auch raus junge leute ich habe den gerade getroffen was soll der scheiß ich mach mach voll gerne rollrides alter da ist ein geschützt weg das sind überall geschützt junge das ist kaffee wenn ich legge da habe ich keine chance alter ihr wahrscheinlich schluckt er so hart heute sind wir mal im haushalt ja ich komme gleich junge scheiß sniper alter ich habe ihn ich glaube es haben wir verloren alle ins haus alle ins haus wir schaffen wir nicht mehr ich war so richtig bis das opfer ich bin wieder negativ ich habe ja nicht so weit unten ist unsere nummer 1 akadiert kommt noch eine runde kommt eine runde noch kommt schon eine runde noch zurück kommen wir haben noch eine runde heul nicht rum ja dann heul halt rum und kommt bleibt trotzdem die eine runde noch ja mehr idee keine ahnung was das für eine ist aber sie sieht geil aus ich bin auch der beste das ist ein Moment wenn du nicht wusstest was die map ist aber du musst es wählen alles klar best englisch in meiner Leben wett in englischarbeit zu finden ob die Rezelle kommt extra nicht in englisch wegen wegen englischarbeit wegen englischarbeit was laberst du natürlich und den ewg auch hätte ich auch so gemacht das wird eh rausgepiepst Sergej was was ich nehme ja auf grad ja digger ich zeig Solera live geständnis von Sergej wahrscheinlich sehen dass die runde weichen naja ich schick das dir nach Whatsapp ja wahrscheinlich ja der sie mit links von dir yeah gib mir ein bisschen money warte hier warte warte ich schau mich an warte in einer Sekunde ich lege warte stehen noch ein bisschen ich lebe jetzt mal die ok hier ist mein Head Blitz gehen oder? ja instant Head Blitz gehen ne ne digger da sind snipers ich hab kein Bock mit gesnaps werden oha danke Teammate ne oder? Teammate fick dich Janes ich hab dich grad gesehen digger digger alter was hat der eine für ne Waffe digger verkack ichs grad soo halte der letzte rum verkack ich grad wenn man einmal aufnimmt verkackt man's einfach winstern oh ich lege safe wieder ja ich lege auf seinen scheiß Kopf aber ich muss so hart meine KD verbessern die ist einfach so schlecht vom Anfang an die ist einfach so schlecht vom Anfang an wahrscheinlich mit der Schrotflinte ne digger ich hab nie gesagt dass ich gut bin das ist auch nicht schlecht du wirst gar nichts ah das war mal so scheiße lower geht nicht ist nicht mal schlecht man alter man hat da einen rausgehauen alter hat er nicht rausgehauen ne also ich hab jetzt ein Waffeaufsäge ich hab jetzt ein Waffeaufsäge ich hab jetzt ein scheiß tschüss digger ich bin wieder so negativ hätt ich einfach vorher aufgenommen als wär in der geilsten Lobbybahn ever alles klar alles klar oh ich hätte ihm so Turnout gegeben wenn da nicht noch ein teammate von ihm wär als ob und so richtig dreckig wenn du so einmal ein Turnout richtig heftig machen würdest und dann Junge die sind bei beiden Seiten ich hab hier auf deinem Kanal Patern und Zug geladen du bist doch kackt was ich hab hier auf deinem Kanal Patern und Zug geladen ja und jetzt jetzt ja man ja man weißt du NÄGGER wieder ich weib den so geholt NJa gescheiß ein schritt von all den devs die ich hab sind liegen nur an Leggen weißt ich bin so schlecht ich hab schon ein comeback wir haben das ist ein richtiger try harder, kack hatten wir gerade alle so ok alter ich spiel es auch mal mit schmutz, kannst du gar nicht aber ich spiel es mit schmutz digga ich kann nicht schmutz, aber ich spiel schmutz ja, sie ist die einschleppung digga ist auch der seinen spezialisten, alter der hat zeitglitch benutzt, doch digga ich weiß auch nicht wie man mit ner schmutz spielen kann digga man merkt einfach grad ich kenn null die map natürlich kennst du die nein die hab ich noch nicht gespielt die hab ich noch gar nicht gespielt er steht im headglitch alter ich bin 2 zu 13 leute ja ich nicht 3 zu 8 ist auch nicht mehr normal zuerst hier lässt sich wieder rein ich hab keine munition mehr alter hatte ich grad glück alter hatte ich grad glück hier ist er über dem miese spot und dann kommt er mit ner schrotflinte weg jetzt das hätte ich wahrscheinlich vorher gehabt aber ich stehe auch direkt vor ihm dann ist es natürlich ein one shot wenigstens habe ich noch den eingeholt okay ich stehe jetzt 6 zu 15 ich versuche ein bisschen noch was rauszuholen bei mir er versuchte zu kommentieren schafft es aber nicht selger halt einfach einmal dein hau bitte einfach einmal dein ganzes maul halten ich bin einfach mal ein bisschen schelliger als auf der enthütte mach es besser selger, mach ein besseres video mit commentary mach es dir halt ein bisschen schelliger dann wird es auch besser mach ich wahrscheinlich klaust du mir den kill er klaut 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 danke viel Matt schade was verbindete kontadrohne online und ich lasse natürlich grad rein verbindet das drohnenpaket dringt in den luftraum ein ihre taktik ist für einen erfolg unzureich feindliche drohne in ihrer nähe ja schon wieder comeback weißt verbindete verbesserte drohne ja jetzt haben die auch noch eine kontadrohne oder ich hebe wieder eine triggerwaffe auf und spiel nochmal das war so sehr zwei hat aber genauso ausseht die ich nein ich habe keinen mussten die kommen noch eine runde kommt ja gerne eine runde 0,4 wir sind heute ganz schön gut wahrscheinlich das war es dann heute von meinem video